Schönen guten Morgen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal wieder im Auto unterwegs wie ihr sehen könnt. Kaffee ist am Stirn. Wichtig, es ist Sonntag und es ist morgens. Es ist super wenig los auf den Straßen, was ich ja sehr gerne habe. Und heute packe ich mal wieder das Pferd ein. Das heißt, Liene kommt mit mir mit. Und dann machen wir uns auf eine Tour. Wohin es geht, seht ihr später. Wir sehen uns dann. Super. Wir sind jetzt im Rending und Fahrradflug. Viel zu schnell. 30 ist erlaubt. Pferde sind total ruhig im Hänger. Mal gucken, ob sie noch stehen. Das werden wir tun. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Spiel ist doof. Liene arbeitet an der Bergziege. Monti arbeitet an der Bergziege. Ich glaube, ihr seht mich nicht, aber es ist nicht so schlimm. Ich muss wie immer das Video-Outro im Dunkeln machen. Ich bin gerade kurz vor zu Hause. Da haben sie ein super genialer Tag. Danke Sonja für den Kurs. Danke Eva für die Organisation. Danke Anke fürs Mitkommen. Und wir hatten zwei super brave Pferde, die sich vorbildlich verhalten haben. Wir hatten einen wunderbaren Tag und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018